so ja ok, hey Freunde das ist der Anfang, das ist unsere Begrüßung was geht da für Freunde? Chillout1654 mit Phil und FIFA, Ernie Ernie, Ernie, hallo Ernie so, wir wollen heute hier eine Serie ankündigen die wir zu zweit führen werden ja, die sehr schmerzhaft werden wird für mich oder für Ernie vielleicht wollen wir, dass wir Leute sehen nee, um was handelt es sich in der Serie Ernie, willst du irgendwas dazu erzählen? willst du irgendwas dazu sagen? ich lasse es dir gerne im Vortritt du kannst das so schön erzählen das ist zu gütig, also ja, vor zwei Tagen, so am Abend saßen wir hier so im Skype-Call und so, und dann bekommen wir irgendwie auf eine Idee wir spielen jetzt FIFA und was hältst du jetzt davon wenn wir so eine Serie machen wenn wir so jetzt gegeneinander spielen und für jedes Tor, das wir kassieren müssen wir irgendwas machen eine Art Bestrafung und dann genau für jedes Tor, das wir kassieren müssen wir eine Bestrafung vollziehen und dann zum Beispiel so Chili essen oder Tabasco nicht trinken trinken ist langweilig dann dachte ich mir so Tabasco durch die Nase schnüffeln man nimmt hier so eine Chili-Soße man darf es ja nicht sehen bevor wir hier angeklagt werden YouTube und so dann tun wir es hier so schön auf die Hand und dann machen wir den da ich habe das einmal nein, ich habe das nicht einmal gemacht ich habe aber gesehen, was passiert das wird auf jeden Fall die nächste Halbzeit wird für den, wo schon Tabasco geschnüffelt hat auf jeden Fall sehr amüsant ja, oder so klar die Abonnenten dürfen dann natürlich selbst hier auch abstimmen was wir machen also was wir machen schreibt einfach in die Kommentare könnt ihr reinschreiben was ihr wollt genau, mit was wir uns quälen sollen genau und habe ich irgendwas vergessen? ja, den Namen werden wir uns noch überlegen den wir die Serie nennen werden richtig und es wird auf beiden Kanälen also wir zwei werden immer gegeneinander spielen ich und Ernie jede Woche und genau einmal in der Woche vielleicht, ich weiß ja nicht wie gut es ankommen wird ja wenn es gut ankommen sollte dann kommst du öfter, oder? ja auf jeden Fall die erste Folge wird hier wie gesagt mit meinem Chili deiner chilianischen Mischung meine chilianischen Mischung hier voll Shots hier so zack, 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 zack so einatmen und weißt du was noch besser ist wenn wir es dann noch so ablecken weil da bleibt bestimmt noch ein Rest zu übrig dann leckst du es ab weißt du, dann stirbst du so Alter dann einfach nur FIFA spielen weißt und dann hier ich glaube das ist dann hier weißt pack deine Sachen und verschwinde Junge weißt du ungefähr nein haben wir irgendwas vergessen naja also nochmal kurz gesagt wir spielen gegeneinander und derjenige der dann ein Tor kassiert muss dann halt die chilianische Mischung aus der Soße die muss er dann einmal ziehen oder so das ist zum Beispiel was wir machen werden oder auch andere Sachen ihr könnt es halt in den Kommentaren abstimmen genau für die zweite Folge dürft ihr dann in den Kommentaren bestimmen aber nicht zu übertreiben also ich glaube härter übertreiben als Tabasco durch die Nase schnüffeln ich glaube das ist schon hier extrem Level ja das Spiel wird dann morgen aufgenommen ich hoffe wir laden es dann morgen oder übermorgen auf jeden Fall die Woche noch hoch ja die Woche kommt es auf jeden Fall genau und das war es dann oder ja das war es dann weitere Informationen folgen auf unseren Facebook Seiten die dann unten in der Beschreibung werden sein oder sein werden unsere Links werden unten in der Beschreibung dann sein ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was ihr überhaupt von der Serie erhält wie ihr die Idee findet ja genau ob ihr die überhaupt gut findet ja wie wir uns hier quälen nicht dass wir uns jetzt hier umsonst quälen und dann gefällt euch das gerade ich habe noch nie Tabasco irgendwie zu mir genommen ich weiß aber dass meine Mutter das gerne boah Digga das ist scharf Digga das ist echt scharf Junge du sollst doch nicht jetzt anfangen mit der Challenge was denn los mit dir ja auf jeden Fall Freunde das war es dann jetzt auch von unserem Ankündigungsvideo wir sind dann jetzt raus ich der Ernie und der Dennis genau es wird rausgeschnitten aber ich sage auch tschau tschau also für die gute Nacht nee warte ich muss stopp drücken es ist und da es ist wie es ist es ist und da es ist Vielen Dank.